So, dann versuchen wir mal den Boxenzähnchen hinzubringen, nicht? Die Ingrid aus Berlin, ja, so. Bist du der Ingrid Vogel für Berlin, ja, so. Ja, siehst du das, gehst jetzt in die Box, nicht? So, ja, gehst du jetzt in die Box, so, Ingrid Vogel, hm? Ja, hm? Da bist du rein, gehst jetzt rein, ne? So, komm her. So, geh mal rein. So, der erste Vogel, der freiwillig in die Box geht, ne? Ja, so, Nummer eins ist drin. So, das ist der Ingrid Vogel, bisschen versteckt. Aber, ich bin der Weiser, ne? So, Nummer eins. Jetzt weiß ich, der Bissiner Vogel, hm? So, Johnny Weißbier, hm? Bist du Johnny Weißbier, hm? So, hm? So, hm? So, hm? Johnny Weißbier, hm? So, alles ist gut, ne? So früh sind wir noch nicht so gut auf, hm? So, Johnny, komm mal her. So, so früh, ist aber schon acht Uhr, jetzt darfst du ein bisschen wacher sein, ne? So, Johnny, alles gut? Ho, 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 ho. Wo, Johnny? Na? Wo ist Johnny? Hm? Bist du der Johnny? Bist du der Johnny Weißbier, ja? Hm? Ja? Was ist los von morgen, hm, Johnny? So, hm? Was ist los mit dir heute morgen so, hm? So, hm? So, ha, ha, ha. So, was ist los? Hm? Falscher Tag heute, ne? So, Johnny? Ist heute der falsche Tag, so? Und Johnny? Hm? Ist heute der falsche Tag, so? Hm, Johnny? Was ist los mit dir? So, ha, ha, ha. So, ist heute der falsche Tag. So, hm? So, hm? Mittwochs verreisen die doch gar nicht, ne? So, hm? Johnny? Hallo? Hm? Komm mal jetzt. So, hm? Mittwochs verreisen die doch gar nicht, ne? So, Johnny? Alles ist gut, ne? So, Johnny? Hm? So? Alles Hallo? Mann, 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 du. Hm? Was ist denn los am Morgen mit Johnny? Hm? Bist du ein Morgenmuffel? Ja? Bist du ein Morgenmuffel, Johnny? Hm? Bist du ein Morgenmuffel, Johnny? Ja? So, jetzt weg. Du musst jetzt in die Box. Du hast noch einen Ring um den Atmos? Nein? So, ab mit dir. Auch die richtige Box? Ja, die Tina. Johnny weiß hier. Da ist er drin, ne? Johnny? Alles klar, mit Fußbodenheißer. Nummer zwei, jetzt nehmen wir das Telefon. So, jetzt geht's weiter. Mit der, ne? Auf Karlsruhe. Ne? Ne, wo kommen zwei Taschenflügel, ne? Komm mal her. Du bist der Erste, ne? Das war die Violette, ne? Der eine hat etwas hellere Flügel, ne? So, und da ist der Zweite, ne? Komm mal her. So, ja. Heute gibt es Supervögel, ne? Heute gibt es Supervögel, ne? So, ihr beide seid total froh, ne? Alles gut, ne? Ihr habt keine Angst, ne? Nein, alles gut, ne? Aber hier muss ich schwarze Ringe abmachen, ne? So, also die Besten, ne? Schau mal her. Da ist der Schwarze Ring. Einmal. So. Alles ist gut. So. Und jetzt unten rein. Ab mit dir. So. Das ist noch einer für oben, ne? Gibt es so? Ha? Du siehst der Zweite, ne? Ja? Dann muss ich auch den schwarzen Ring raten machen. Und jetzt oben rein. So. Dann geht's endlich auf die Reise, ne? Ab mit dir. Das hat ja schnell geklappt. Das hat ja schnell geklappt. So. Dann wollen wir auch noch mal in die Kamera gucken. Einmal unten. Und einmal oben, ne? So. So. Das ist unsere Reise, wenn ich glaube heute. Gut. Und die Herzlosache, ne? Mal sehen, dass das auch noch klappt. Ja? Ja? So. Einmal kurz reingucken, ja? Der Milka für Karlsruhe, der Erste, ne? Und der Zweite Milka für Karlsruhe, ne? Alles gut. So. So. Dann kommt noch ein kleiner Katzen Vogel. Tja. Das ist ja der Bettina Vogel, ne? Johnny Weiss hier. So. Dann kommt noch ein Katzen Vogel, ne? So. Und das war's dann. Hier geht's alle auf die Reise heute, ne? Die Ziegelt und mehr auf die Reise heute, ne? So. Sie sind aus einer Zeit. Das ist nicht richtig. Deine Frau, es magst du auf die Reise heute.